Ein Ford Transit steht hier zum Verkauf. Drei Personen haben in diesem weißen dreithürigen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Tempomat, Bordcomputer, elektrische Fensterheber und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 9,3 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Kögler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Maurice Vielen Dank.